es ist ein komplexes an meinem an die hier schießen wollen wir auch die neue die menschen in der wasserwelt ja herum die krebsen am strand guck mal was da mehr auf sich was ist das stammt vertrag nicht stärker Prozent die Lippen nicht wenig was soll das wirken mit Stammverteid mehr Schaden anrichtet oder nicht ich hab mir vorliegen ist zwei Stammverteid gebrauchte ich bleibe dachte das kann ich jetzt abschießen das hier hinten so das soll eine milde darstellen Ah, okay, die waren nur die, ach ja, okay, ich geb mir jetzt die für die Munition auf, so. Ah, es regnet, es regnet in der schöne, ähm, ich kann nicht unter Wasser nicht schießen, aber immerhin gleich nicht unter Wasser stehen. Das ist auch schön, das in Runden auch. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wird es sterben gehen. Und, ja. So, dann gehen wir hin und lasst das. Was, die erste? Ja. Einfach da. Es war so klar, dass ich da durchkam. Ja, das Ding stimmt, auch so eine Stammverweifung. So. Super. Super. Voll daneben. Und, so. Oh, sehr schön, ein. Nein, das ist, ja, für den. Vielleicht, man wollte nur die weg. War das das erste? Nee, so als zweite. Und den Rückenantreten, was nicht geht, weil man da nicht hochkommt. Was ist denn für einen Tor, die gut, wo soll denn das sein? Weicht das Level von hier aus neu starten? Wo soll denn das bitte sein? Und da, was ja bei einer? Oh, das ist eigentlich nicht so. Mann, was ist die dritte? Ja. Oh. 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 Der Mann aufs Wladen Also, ich muss ihn bitte noch fragen. O.Om.. Einen Flam? P-P-P-Lam... Oh, wie fies! So. Ficht schies! So, du lass mich da durch, da war auch was, ja. Ja, weg. Und oben noch. Wolle, wolle, ach so. Ja, weg. Ja, weg. Da, weg. Ja, weg. Ja, weg. Ja, weg. Da, weg. und so ist hier noch was das sieht doch sehr verdächtig aus jeder ist nur eine verhandlung und zwar in mann bei joshi muta wa joshi okay halt Das ist doch gut. Das ist doch gut. Ja, ja, ja. Natürlich. Ja, gleich. Ja, gleich. Ja, das ist eigentlich eine schlimme Sion, wenn ich sage. Ach, nein. Ach, sicher. Ja. Äh, kriegt man eigentlich einen Gegner schlucken? Okay. Äh, okay. Ja, so. Hier. Oh. Oh. Ich kann es sonst hier nichts. Pfeffer! Ja, das war doch zu auffällig. Ja, ja, damit... Das ist fies. Was steckt denn? Ja, das ist fies. Stirbt drin. Das ist fies. Das ist fies. Das ist fies. Das ist fies. Okay, ich hab zwar eine Blume mal wieder nicht gefunden, aber das macht ihr nicht. Und diesmal kein Modospiel. Schade. Ah, macht der nichts. Muss ja nicht immer sein. Und hier auch üblich ein zweites Level geht noch. Dann... Keine Teile wurden ja alle gefunden. Der neue Schi wird wieder zusammengehekelt. Mal gucken, was es diesmal für einer wird... ebenso ein wasser oder ein jeep jeep oder ein krebs joshy irgend sowas in der art ein roter melo ja ok melonen joshy ja doch eine möglichkeit das sieht dann nach dem ersten boss aus ja das erste schloss was sie lieber was sie lieber schloss na wenn das so ist wieder mal rein was sie lieber schloss ja 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 Nein. Oh, ja, lag, ist klar. Oh, so, da wird die erste Blumen sein. Ja. Wow. Danke. Sehr nett für Riefe. Vielleicht die zweite Blume gleich. Auf der anderen Seite kommt auch was. Nein, oh, geht weg. Da hätte man auch gleich runter können. Aber das ist doch vielleicht was. Ne, bringt mir nur eine Wiesnvolk neu. Ok Ok, ein Springer. Ja, da kann ich hoch. Ok, wenn da schon die vierte Blume ist, was hab ich denn bitte schon alles übersehen? Ok, das war ja das Dritte. Ich fall jetzt sicherlich nicht runter. Nein, mach ich nicht. Hab ich kein Bock drauf. Ich werde zu gerne wissen, dass es in dieser Tür ist, aber ich weiß nicht, ob es da unten vielleicht weiter geht oder ob es da unten aus ist, dass es in der Tür ist, dass es weiter geht. Schwierig, schwierig. Ich geh mal diesen Weg hin. Saunatür. Ich hasse das, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt. Ich geh mal in die obere Tür. Das ist sowieso die Endtür, also müsste ich doch von beiden wieder zurückkommen. Theoretisch. Ok, da ist nur so ein Springer. Parcours. Scheinlich. Der letzte kriegt mich wieder. Ist ja mal wieder typisch. So. Ab. So, mit dieser Technik kann man viel abkürzen. Ne, jetzt hoch. Was man ja die ganze Zeit flattern kann. Um das jetzt zu sehen. Das ist zwar ein Springer. Wir sind da drauf. Das darf ich ganz oben. Und da ist der Schlumberger. Nein. ihr wollt ja schon alle ach schade dachte es gibt es leichte ich renne wieder unnötig gegen gegner wo ist das letzte joshitei oder zwei joshitei fehlen noch leider ist da drin kommt mir schon etwas warte mal da oben ist da noch was kann man das sicherlich verschieben ok dann nicht das sah so aus und gehen wir mal rein mit drei wolken neu also vier Blumen ne abkommt eigentlich nichts mit dem Springer Vielleicht mal mit Ongos. Wahrscheinlich komme ich da nicht hoch. So. Woa, 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 woa. Ah, boba. Ah, ja. Das war, Gott sei Dank, das fehlte jetzt. Das heißt ja, mir fehlt noch eins. Und weil ich gierig bin, hole ich mir diese Ruppine auch noch. So, und wieder Zeug. Sehr schön. Das dürfte ich nur theoretisch dann halt beim Endpost nicht fail. Da oben ist die letzte Blume. Jetzt will ich nur das letzte Rollknopf. Gehe ich da wieder durchrennen? Ja, Anjan. Das schwieriger hat sich als richtig erwiesen. Mal gucken, wo ich den Endpost mit vollem Leben schaffe. Dann habe ich dieseselbe zumindest mal abgeschlossen mit... Oh, ne, es ist der Gegner. Ja, ihr seid ganz schön an der Gegend. Ich dachte, ihr hättet schon längst aufgegeben. in die Hose lesen. Um, blöd. Es kommt wieder riesen. Ja. Mag. Ja. Ähm, jetzt? Wo? Soll ich dann hoch? Achso, ne, ich will so die Hose auch... Achso, ne, ich will so die Hose auch... Hosele, Hose, Tor. Komm. Ja, ist klar. So. So. Nein, das war falsch. Perfekt. Oh, keine Hose mehr. Steck uns. Wuhu, perfekt. Etwas Kraft mit vollem Leben. Die das ganze Zeit der Mönche. Oh, Minimis. Äh, ich war da gar nicht. Ja, ist klar. Einer fehlt mir. Ist klar. Ein Stempel. Wo auch immer der wieder sein soll. Ich glaub, Stempel, weil ich grad hier nicht sammeln. Okay. neun trick anstecker melone ja sehr schön damit haben wir endlich die erste welt abschlossen ok kamek verschwindet in die nächste welt ok wird anscheinend eine wüstenwelt da hätte ich noch drei gebraucht gehe ich aber zuerst in eine andere welt die sammeln ich dort wird anscheinend auch alle blumen brauchen so wie es aussieht zum schluss wie viele habe ich jetzt in welt 1 1 3 4 und wenn man alle hat dann kommt bei diesem bono ok ja dann muss ich anscheinend auch alle blumen sammeln werde ich jetzt aber offscreen machen damit wir im nächsten part da unten wieder eine bonuswelt betreten können und ja und einmal bis dann und dann